die dhv news vom 29 januar 2021 alle videos wieder verfügbar youtube zensur beendet koalition in bonn vereinbart cannabis modellprojekt herzlich willkommen bei den dhv news und herzlichen dank für 170.000 abonnenten auf diesem kanal in sachen chemiegras gibt es keine großen neuigkeiten mehr im sinne von nachrichten aber wir waren trotzdem weiter dran am thema haben eine pressemitteilung rausgegeben diese woche dazu und ein eigenes video noch mal beides richtet sich direkt an jens spahn als den oberverantwortlichen für das thema volksgesundheit und drogenpolitik in kombination da habt ihr das video schon gesehen wenn nicht guckt euch noch mal an und vor allen dingen teilt es auf möglichst vielen kanälen und vielleicht markiert ihr noch den guten herrn spahn dabei dass er sieht dass viele leute sich dafür interessieren dass er jetzt da mal handeln muss und noch eine kleine geschichte in eigener sache oder ja eigentlich für uns sogar eine große sache hier was youtube angeht wir hatten ja massive probleme mit youtube zensur hier im kanal beim deutschen handverband wer hier regelmäßig zuschaut hat das sicherlich auch mitbekommen die plattform hat uns immer strikes gegeben verwarnungen dafür dass wir links in der video beschreibung hatten wir wollen euch möglichst erklären woher wir unsere informationen haben wie die zustande gekommen sind was die quellen sind dass ihr selber mal nachlesen könnt ja was erzählt der wort da vielleicht findet ihr auch mal einen fehler dann dass den ein oder anderen kleinen den wo ich irgendwas übersehen habe oder so jedenfalls konnten wir das in letzter zeit nicht machen weil wir eben ständig da strikes gekriegt haben vollautomatisch von den youtube algorithmen wir mussten dann überlegen okay buckeln wir jetzt da machen wir nie wieder irgendwie video beschreibungen und wir haben das nicht gemacht wir haben im prinzip alle alten videos erstmal offline gestellt und haben uns gewährt sozusagen sind auch mal zum anwalt gegangen und zu anderen bündnispartnern sozusagen und es war ein langer kampf hat ewig gedauert aber jetzt haben wir sowohl eine zusage dass wir derartige strikes beim handverband nicht mehr bekommen wir haben keine alten strikes mehr und das war jetzt der punkt wo wir gesagt haben okay jetzt können wir die alten videos wieder hochladen ist also das ganze programm wieder da hunderte von handverbands videos die wir jetzt monatelang nicht mehr anbieten konnten sind wieder da und wir hoffen dass damit jetzt erstmal das problem im großen und ganzen erledigt ist mit diesen strikes aber tatsächlich letzte woche fing ein altes problem wieder an altersbeschränkungen haben wir jetzt auch länger nicht mehr gehabt haben aber schon seit jahren immer mal wieder ärger mit die ausgabe über chemie gras wo wir auch das weiß video zitiert haben hat jetzt eine altersbeschränkung zum glück erst nach über 200.000 views ja eines der erfolgreichsten videos überhaupt aber so eine altersbeschränkung bremst die verbreitung immer mächtig aus und das weiß video selbst ja ich habe schon überlegt vielleicht liegt daran dass dieser dealer gezeigt wird wie er händeweise säckeweise da im gras rumwühlt dass das irgendwie gegen jugendschutz spricht oder was aber das weiß video selbst hat keine altersbeschränkung insofern bin wohl doch ich derjenige der die jugend hier verdirbt wie auch immer das führt zumindest nicht zu strikes insofern ist das schlimmste auf jeden fall hoffentlich erst mal vorbei und ihr könnt wieder stöbern in unseren archiven und hunderte dhv news folgen nachgucken wenn euch langweilig ist und noch eine gute nachricht ich hatte hier berichtet von einem befangenheitsantrag der staatsanwaltschaft in frankfurt oder gegen unseren lieblingsrichter andreas müller ihr kennt die story andreas müller hat ja form bundesverfassungsgericht in karlsruhe eine richtervorlage gemacht müller sagt wie wir das cannabisverbot ist verfassungswidrig und will das jetzt da noch mal prüfen lassen und das hat scheinbar der staatsanwaltschaft in frankfurt nicht gepasst zumindest sind sie davon ausgegangen dass sie keine verurteilung kriegen bei richter müller für jemanden der irgendwie mit 30 gramm cannabis oder was erwischt worden ist und frankfurt oder wollte den unbedingt verknacken und hat gesagt ja da können wir jetzt nicht zu müller gehen also richter müller war dem fall halt zugewiesen der wird den ja nicht verurteilen und dann haben sie einen befangenheitsantrag geschrieben weil müller eine klare meinung hat und die öffentlich auch äußert und dieser befangenheitsantrag ist jetzt abgelehnt worden von der zuständigen richterin im amtsgericht bernau wo auch müller richtet und ja die hat gesagt ja dass der ist nicht befangen ja das hat halt nur eine meinung zum thema das aber kein grund ihn da jetzt nicht urteilen zu lassen insofern gute nachricht wir wissen aber nicht genau ob es dabei bleibt die staatsanwaltschaft hat jetzt noch ungefähr eine woche um dagegen beschwerde einzulegen ob sie das tun wird oder nicht ist uns noch nicht bekannt aber es kann sein dass das noch eine längere story wird kann auch sein dass wir jetzt da ruhe haben an der front ja und müller war auch mächtig in den medien vielleicht auch durch die geschichte auf jeden fall die war auch in medien aber es gab auch ein langes interview in der berliner zeitung zum beispiel wo er noch mal erklärt hat warum er cannabis legalisieren wollen würde was daran sinnvoll ist und warum das verfassungsgericht ist und so weiter leider viel auch mit paywall man kann wieder die artikel nicht alle lesen aber er hat auf jeden fall mächtig öffentlichkeit erreicht ist ja dann auch in den print versionen der zeitungen mit drin und so und auf twitter ist auch noch getrendet das war dann noch die krönung das tüpfelchen obendrauf richter müller hashtag richter müller hat am wochenende auf twitter es in die trends geschafft auch ein schönes ereignis da haben wir also noch mal einen schönen einschlag gehabt mit richter müller und jetzt kommt mein lieblingsthema dieser woche ganz was neues es ist mal wieder soweit eine weitere stadt hat sich für cannabis modellprojekte ausgeschlossen ausgesprochen und das ist ungewöhnlich eine weile nicht mehr passiert es geht um die neue regierungskoalition in bonn die besteht aus grünen spd linken und dieser europapartei volt also eine koalition habe ich auch noch nirgendwo gehört also die haben es offensichtlich da ein paar kommunal parlamente geschafft diese partei und jetzt weiß ich gar nicht wie ich das nennen soll ja haben die schon spitznamen wie r2g oder jamaika koalition wie heißt grüne spd linke und wollt wie nennt man die die bonner wissen bestimmt bescheid ist da bestimmt irgendwie gängiger begriff ja ich kenne ihn noch nicht schreibt mir in die kommentare wie man die koalition nennt liebe bonner und jetzt erzähle ich euch aber mal muss mal vorlesen was da im koalitionsvertrag dieser koalition festgehalten ist suchtkranken sollen die vorhandenen behandlungsmaßnahmen so frühzeitig und umfassend wie möglich zur verfügung stellen so soll bonn an einem modellprojekt gegebenenfalls mit anderen kommunen in erw zum kontrollierten verkauf von cannabis teilnehmen um wege aus der illegalität aufzuzeigen ziel ist eine legale kontrollierte cannabis abgabe mit qualitätssicherung ab dem jungen erwachsenenalter unter strenger wahrung des jugendschutzes in lizenzierten geschäften mit geschultem personal also ist natürlich total bescheuert formuliert jetzt diese modellprojekte sache in zusammenhang zu bringen mit suchtkranken ja als wären alle cannabis konsumenten irgendwie krank und süchtig völliger humbug aber davon mal abgesehen ist das wirklich eine gute nachricht weil wie gesagt es länger her dass zuletzt eine stadt sich dafür ausgesprochen hat so ein modellprojekt zu machen und auch eben so ein ganz konkret und so einen antrag planen will dafür bisher waren das vor allem bremen berlin münster und düsseldorf und auch einige stadtteilparlamente wie berlin-friesheim kreuzberg vielleicht bekannteste die haben auch so einen antrag gestellt dann und bisher wurden aber alle diese versuche von der bundesebene abgeschmettert jetzt kann man vielleicht sagen was soll das taten ja ist nichts zu erwarten erzählt wieder blödsinn hier aber diese anträge haben immerhin schon zu reichlich diskussionen im bundestag geführt und auch im bundesrat wo schon mehrfach anträge gestellt worden sind dass das halt klargestellt werden soll im bundesrecht ist zwar auch abgeschmettert worden aber eben dass das ganze verstärkt die ganze diskussion auf bundesebene erhöht den druck und jede stadt die sich dem anschließt erhöht eben den druck auf bundesebene weiter endlich vorwärts zu machen richtung cannabis legalisierung und ob wir jetzt wissenschaftliche modellprojekte noch brauchen oder nicht ob die sache nicht klar ist diese beschlüsse der städte sind auch statements pro legalisierung weil mehr als so ein modellprojekt kann eine stadt nicht machen dass das weitestgehendste was sie im prinzip beantragen und beschließen können dass wenigstens ein paar leute im wissenschaftlichen umfeld in der stadt schon mal legal cannabis bekommen das hat hohen symbolischen wert und man kann vielleicht tatsächlich auch erkenntnisse sammeln wie denn am besten letztendlich legalisierung umgesetzt werden kann und man muss ja auch noch mal sagen dass jede weitere stadt die sich dem anschließt ist auch ein parlament ein demokratisches parlament in deutschland in dem es eine mehrheit für die legalisierung von cannabis gibt auch eine sache die vor zehn zwanzig jahren sich kein mensch hätte vorstellen können aber da sieht man eben wie so langsam nach und nach tatsächlich die mehrheiten da zustande kommen und das macht natürlich auch hoffnung dass wir die dann irgendwann auch im bundestag sehen diese mehrheit und die cdu ist natürlich dagegen jetzt habe ich noch zwei urteile eins davon bayerisches oberlandesgericht die haben gegen einen cannabis patienten geurteilt diese woche der hat seine medizin an einem bistrotisch an einem bauernmarkt in führt geraucht und das wurde als provozierendes verhalten gewertet und ein gemüsebauer vom stand nebenan hat sich da beschwert das amtsgericht in führt hat eine geldbuße von 50 euro dafür verhängt und das wurde jetzt bestätigt mit diesem urteil also der der patient hat dagegen geklagt gegen diese 50 euro und das oberlandesgericht bayern hat jetzt gesagt nein das war provokation und du musst 50 euro zahlen man wäre die frage ob man das auch schafft also eine provokation 50 euro geldbuße zu kriegen wenn man dann irgendwie aspirin nimmt gegen akute kopfschmerzen oder ob es dann doch der duft von cannabis ist der dann so mehr provoziert als aspirin noch ein urteil da geht es um das verwaltungsgericht in hamburg und eine firma die hanfsamen öl mit einem hanfextrakt einem cbd reichen hanfextrakt als nahrungsergänzungsmittel verkauft hat und das wurde der firma untersagt dagegen wurde ein eilantrag gestellt gegen diesen diese untersagung des in verkehrs bringens dieser dieser tropfen und das verwaltungsgericht hat aber dann geurteilt dass dieses dieses versagen dieses verbot okay war und dass der verkauf solcher nahrungsergänzungsmittel gegen die novel food verordnung der europäischen union verstößt solange da keine zulassung keine zulassung von der europäischen kommission vorliegt das unternehmen hat jetzt noch die möglichkeit beschwerde beim oberlandesgericht hamburg einzulegen eventuell hören wir also auch davon später nochmal wieder jetzt komme ich zu den terminen sind diesmal ein paar mehr wegen klönschnack in koblenz trifft sich die ortsgruppe des dhv am 31 januar am 1 februar trifft sich rhein-neckar am 2 februar dienstag trifft sich die gruppe in stuttgart übrigens alles online treffen natürlich schön coronamäßig und so und jetzt kommt hamburg nämlich der online knü klönschnack am dienstag 2 februar klingt auch so als könnten sich gelangweilte corona nerv home office leute da mal ein bisschen ausquatschen weil die machen das jetzt öfter scheinbar regensburg trifft sich die ortsgruppe am sonntag 7 februar und am dienstag 9 februar online klönschnack in hamburg und damit bin ich fertig für heute liked dieses video abonniert den kanal drückt die glocke und ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend 1 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020